Hallo zusammen, mein Name ist Roven Debrem. Ich bin gebürtiger Kölner und komme aus der wundervollen Domstadt. Meine Wurzeln liegen im Südosten der Türkei. Ich bin in der Zeit, dass ich in der Türkei einstehe, und ich bin in der Türkei einstehend. Ich bin in der Türkei einstehend, aber ich bin in der Türkei einstehend. Wie ihr sehen könnt, bin ich Brillenträger und ohne Brille ist es bei mir so ein Ding der Unmöglichkeit. Ich sehe gerade schwer die Kamera, deswegen lieber mit Brille. Ich bin auf den Wunsch meiner Mutter zum Theater gekommen, das war eigentlich nichts für mich so. Aber dann dachte ich mir, hey komm, mach es mal. Dann kannst du immer noch Nein sagen, aber Hauptsache du probierst es. Ich bin einmal hingegangen und ich wollte nicht mehr weg und ich bin extrem froh, jetzt ein Teil dieser FAS-Familie zu sein. Und zum Glück habe ich auf meine Mutter gehört, denn sonst wäre ich jetzt nicht hier.